Hallo Leute, Kämpfe auf der Straße sind nicht fair, mehrere greifen einen einzelnen an und immer öfter sind Messer im Spiel. In den Kommentaren zu meinen Videos lese ich immer wieder, dass Leute sich zum Beispiel mit einem Messer bewaffnen, um sich sicher zu fühlen. Ich kann den Impuls nachvollziehen, aber überlegt euch das gut. Wenn ihr euch auf einen Messerkampf einlasst, ist die Chance hoch, dass ihr oder der Angreifer dabei zu Tode kommt oder schwerste Verletzungen davontragt. Von rechtlichen Folgen ganz zu schweigen. Außerdem gibt es ein weiteres Problem. Führt ihr ein Messer bei euch und geratet in eine Schlägerei gegen einen unbewaffneten Angreifer, kann es sein, dass ihr im Stress überreagiert und die Waffe einsetzt. Dann habt ihr ein Problem. Denn entweder handelt ihr konsequent und macht euch unglücklich, weil ihr im schlimmsten Fall ein Menschenleben auf dem Gewissen habt. Zögert ihr, entwendet euch der Gegner vielleicht das Messer. Ein Albtraum. Das ist aber gar nicht nötig. Denn ich habe eine gute Nachricht für euch. Ein Drittel des Jahres könnt ihr euch ganz legal bewaffnen. Denn in Deutschland haben wir nämlich durchschnittlich 121 Regentage pro Jahr. Ich spreche von einem Regenschirm als Behelfswaffe. Wie kann man diesen zur Selbstverteidigung einsetzen? Funktioniert das auch, wenn ich körperlich nicht so fit bin? Und was muss ich beim Einsatz beachten? All diese Fragen beantworte ich in meinem heutigen Video. Hey Opa! Natürlich! Wie sonst? Dein Opa schiebt ihn zu, oder? Natürlich! Oh, sag mal, seid ihr verrückt, Bruder! Los, hol dir das Geld, mach hin, Mann! Was soll denn der Scheiß? Lass mich in Ruhe, komm! Halt mal! Alter! Feige und traurig. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Zu zweit auf einen einzelnen Losgehen. In meinem Video zur Verteidigung gegen mehrere Angreifer habe ich ein Phänomen bereits angesprochen. Mitläufer werden oft erst aktiv, wenn Opfer am Boden oder sichtlich wehrlos sind. Das deckt sich mit dem Geschehen in diesem Video. Täter suchen Opfer, keine Gegner. Die beiden jungen Männer sehen in dem Herrn keine Bedrohung, denn dieser ist mittleren Alters und alleine unterwegs. Man sieht auch deutlich, Aggressor Nummer zwei bleibt immer ein Stück weit zurück. Erst als sein Kollege das Opfer tritt, wird er mutig und stößt den Mann von hinten zu Boden. So wie das Opfer steht, hat er keine Chance, diesen Angriff etwas entgegenzusetzen. Er hätte wohl nicht damit gerechnet, dass die beiden so weit gehen würden, denn wir haben gesehen, dass er sie bereits frühzeitig aufgrund der lautstarken Rufe aus der Ferne bemerkt hat. Er beschloss jedoch weiter zu gehen, statt stehen zu bleiben und die beiden so im Blick zu behalten. Was aber hat das alles mit unserem Thema heute zu tun? Habt ihr mal auf die Kleidung geachtet? Richtig! Das Opfer hatte eine Regenjacke an. Offenbar hat der Mann mit schlechtem Wetter gerechnet. Unglücklicherweise hat er sich gegen einen Regenschirm entschieden. Schau ab hier, hau ab! Die beiden haben ihre Lektion gelernt. Vor allem der Angreifer hat hier die Entschlossenheit des Opfers und dessen Schlagkraft mit dem Regenschirm unterschätzt. Was hat der Mann in diesem Video anders gemacht, um sich erfolgreich zu verteidigen? Hey Opa! Zuallererst hat er sich im letzten Augenblick noch umgedreht, um die herannahenden möglichen Gegner im Blick zu haben. Und er hat zu Hause daran gedacht, sich zu bewaffnen. Zum einen gegen das schlechte Wetter, zum anderen damit auch ganz automatisch für die Selbstverteidigung. Als der Angreifer ihn treten will, kontert der Verteidiger mit einem Schlag zum Knie. Das ist nicht lebensgefährlich für den Angreifer, aber trotzdem ein empfindliches Ziel. Mehr darüber findet ihr in meinem kostenlosen Selbstverteidigungsratgeber. Ich verlinke euch den in der Beschreibung. Den folgenden Schlag des Angreifers kontert das Opfer ebenfalls mit dem anderen Ende seines Regenschirms auf den Arm. Und auch das ist für den Täter schmerzvoll. Verletzungen, speziell Trümmerbrüche durch Einwirkungen von stumpfen Gegenständen, sind verheerend. Das überzeugt den Täter, von dem Mann abzulassen. Und die von mir schon angesprochene Feigheit des Mitläufers zeigt sich hier. Als der Zeuge der Kampfkraft des Opfers wirkt, ergreift der zweite Aggressor die Flucht. So einen Regenschirm hat man witterungsbedingt öfters dabei, als man tatsächlich vermutet. Außerdem unterliegt er weltweit keinerlei gesetzlichen Einschränkungen und ist daher absolut legal. Er kann überall getragen werden. Um zu schauen, wie sich so ein Regenschirm einsetzen lässt, habe ich euch heute mal einige Modelle mitgebracht. Hier ein sehr beliebtes Modell aufgrund seiner Handlichkeit, der sogenannte Knirps. Der ist nicht schlecht, aber denkt dran Leute, wenn euer Gegner ein Messer zieht, seid ihr froh um jeden Zentimeter Reichweitenvorteil, den ihr habt. Der hier ist schon etwas größer. Ein klassisches Modell, da passt auch die Reichweite. Das Problem bei diesem, solltet ihr mit so einem Schirm im Ernstfall den Angriff eines geübten Treters oder einen Schlag mit einem Stock abwehren müssen, klappt das vielleicht nur einmal. Denn anschließend könnt ihr den hier wegwerfen. Normale Schirme sind für diese Zwecke einfach nicht geeignet. Daher mein Tipp, wenn ihr euch nicht nur gegen schlechtes Wetter bewaffnen wollt, so ein Selbstverteidigungsregenschirm hier. Der ist stabil und hält auch Einwirkungen von Tritten und Schlägen stand. Und auch die Reichweite ist dank der Größe des Schirms super. Für diesen Zweck werdet ihr kaum etwas Besseres finden. Im Ernstfall ist es ein enormer Unterschied, ob ihr euch mit bloßen Händen verteidigen müsst oder eine wirksame Behelfswaffe in der Hand habt. Bei einem Übergriff erhöht so ein Regenschirm eure Widerstandskraft enorm. Denn ihr könnt damit Schläge und Tritte abwehren anstatt mit eurem Körper. Ihr vermeidet dadurch Schmerzen und das Risiko verletzt zu werden. Manche Gebrauchsgegenstände im Alltag lassen sich gut zur Selbstverteidigung einsetzen. Ein Regenschirm fällt nicht auf, provoziert nicht und fügt sich in jede Umgebung. Und natürlich gilt all das, was ich euch heute über den Einsatz mit dem Regenschirm erzähle, auch für einen Gehstock. Von diesem Vorteil profitieren vor allem auch ältere Menschen. Und ob Regenschirm oder Gehstock, beide bieten euch einen weiteren großen Vorteil, die Reichweite. Das kann euch vor allem dann nützen, wenn euch jemand mit einem Messer bedroht. Denn ihr wisst ja nie, ob ein Angreifer mitten in einer Auseinandersetzung ein Messer zieht. Aber auch in diesem Fall gilt, der Einsatz mit solchen Behelfswaffen muss geübt werden, damit es im Ernstfall klappt. Und natürlich müsst ihr den rechtlichen Aspekt in der Selbstverteidigung im Hinterkopf behalten. Werdet ihr mit einem Messer bedroht, ist es verhältnismäßig, empfindliche Stellen des Gegners wie den Kopf oder den Hals zu attackieren. Ist euer Angreifer jedoch unbewaffnet, dürft ihr ihn nach erfolgreicher Selbstverteidigung nicht mit eurer Behelfswaffe weiter angreifen und verletzen, obwohl kein gegenwärtiger Angriff mehr vorliegt. Mehr zu dem Thema Notwehr könnt ihr in meinem kostenlosen E-Paper nachlesen. Den Link zum Herunterladen findet ihr in der Beschreibung. Es gab in den Kommentaren zu einem meiner Videos einen Bericht eines Mannes, der von mehreren Leuten zu Boden getreten wurde. Eine lebensgefährliche Situation. Er gab an, dass er sich wieder hochkämpfen und mit einem Messer verteidigen konnte. Vor einem Gericht wurde er dann aufgrund von gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Deshalb gilt, wenn es irgendwie geht, vermeidet eine körperliche Auseinandersetzung. Der Mann hat entschlossen und vor allem frühzeitig gehandelt. Hier könnt ihr es sehen. Sobald er die Pöbelei der beiden Angreifer wahrgenommen hat, hat er sich umgedreht. Er weiß, dass ihm das taktisch einen Vorteil erbringt. Dann reagiert er proaktiv. Er greift seinen Regenschirm beidhändig und bringt ihn vor seinen Körper. Zum einen schützt er sich und zum anderen signalisiert er den beiden Krawallmachern seine Verteidigungsbereitschaft. Auf Höflichkeiten verzichtet er dabei. Denn die Wortwahl der beiden Männer hat ihm signalisiert, dass sie auf Ärger hinaus wollen. Eine Taktik, die aus der Kriegsführung kommt. Ein vermeintlich unterlegener Gegner wird unerwartet aktiv. Siegessichere Parteien sind davon oftmals so überrascht, dass sie aus dem Konzept geraten. Das seht ihr hier sehr gut in den verdutzten Gesichtern der beiden Angreifer. Klar, die beiden tun das Ganze dann als Spaß ab und ziehen Leine. Aber wir wissen aus dem ersten Clip, wie weit sie gegangen wären. Und der Verteidiger war nicht einmal gezwungen, seinen Regenschirm einzusetzen. Es wurde niemand verletzt. Selbstbewusstes Auftreten hat dem Mann viel Ärger erspart. Der Regenschirm als Notfallwaffe gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit und Stärke. Das unterscheidet ihn vom typischen Opfer, welches die beiden Täter suchen. Kriminelle sind an einem Opfer interessiert, das sich leicht überwältigen lässt. Der Protagonist in unserem dritten Video entspricht diesem Bild überhaupt nicht. Daher wird er von den beiden nicht angegriffen. Denn wenn ihr euch mit einem Regenschirm, einem Gehstock oder einer anderen Behelfswaffe verteidigen müsst, solltet ihr das, wie erwähnt, vorher geübt haben. Das Wissen, erlernt es im Notfall einsetzen zu können, wird euch Selbstbewusstsein geben. Am besten übt ihr auch mit verschiedenen Gegenständen. Denn mit einem Schirm kann ich ganz anders arbeiten als mit einem Schlüsselbund oder einem Mobiltelefon. Übt ihr bei euch im Training den Einsatz von Alltagsgegenständen? Ich freue mich hierzu über eure Kommentare und einen Daumen nach oben, wenn euch mein Video gefallen hat. Ich wünsche euch eine sichere Zeit. Euer Oliver.